Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Du möchtest in deinem Netzwerk einen Unify Gateway installieren, also einen USG, einen USG Pro oder auch eine Dream Machine? Du hast allerdings keinen klassischen DSL-Anschluss, sondern gehst über den sogenannten DOCSIS 3.1 Standard ins Internet, also über Cable-Internet mithilfe einer FRITZ!Box Cable oder einer Vodafone Connect Box? Dann wirst du in diesem Zusammenhang wahrscheinlich schon von dem Problem mit dem sogenannten Doppelten NAT gehört haben. Dabei geht es ganz einfach darum, dass natürlich einmal euer Router, also in dem Fall eure FRITZ!Box Cable, einmal die sogenannte Network Address Translation durchführt und selbstverständlich das Unify Gateway hier auch nochmal. Und dieses Doppelte NAT, das führt zu unschönen Effekten bei der Internetverbindung, wie zum Beispiel relativ hohen Latenzen oder auch häufigen Paketverlusten. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ihr euer Netzwerk komplett von einer FRITZ!Box Cable hier zu einem Unify Netzwerk mit Unify Gateway bei einem Kabelanschluss natürlich ohne doppeltes NAT umstellen könnt. Und ich zeige euch auch noch, wie ihr die FRITZ!Box weiterhin im Netzwerk betreiben könnt, zum Beispiel für weitere Dienste wie eine Telefonanlage. Was genau ihr alles dafür braucht und wie ihr bei der Konfiguration am besten Schritt für Schritt vorgeht, sodass alles funktioniert, das seht ihr jetzt! Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Wenn du Fragen hast zum Thema Unify oder auch dein privates oder geschäftliches Netzwerk einmal auf Unify mit dessen vielen Vorteilen umstellen möchtest und dabei Beratung benötigst, dann melde dich gern bei mir. Schreib mir einfach eine E-Mail an service-at-apfel-cast.com Einen Unify Gateway als Gateway bzw. Router im eigenen Netzwerk einzusetzen, macht auf jeden Fall grundsätzlich immer Sinn, gerade wenn man schon mehr Unify Hardware hat oder die sich auch in Zukunft dazuholen möchte, wie zum Beispiel das ziemlich gute Unify WiFi. Außerdem bietet auch so ein Unify Gateway, gerade im Vergleich zu einer FRITZ!Box, gerade auch was die Netzwerkeinstellungen und Netzwerksicherheit angeht, viele große Vorteile. Ihr könnt VLANs einstellen, ihr könnt in der Firewall sehr genaue Regeln einstellen, was welches Gerät oder welche Gerätgruppe darf und gerade wenn ihr auch IoT-Devices habt, dann macht das Ganze wirklich viel Sinn. Außerdem finde ich beispielsweise auch die VPN, die hier in Unify integriert ist, sehr, sehr gut gelöst und gerade wenn ihr zum Beispiel mehrere Standorte habt, wie Homeoffice und normales Office oder auch einfach mehrere Büros und Niederlassungen habt, könnt ihr über die sehr einfach zu integrierende Unify Side-to-Side VPN hier auch wunderbar euer Netzwerk dann virtuell vergrößern und direkt dann zum Beispiel auch auf Geräte aus dem anderen Netzwerk zugreifen. Fangen wir mal an mit den Hardware-Voraussetzungen, die ihr hierfür braucht, damit ihr dem Video hier und auch diesem Projekt eben folgen könnt. Nun als erstes braucht ihr ja einen Unify Gateway. Ich habe ja im Intro schon ein paar Geräte hier erwähnt, die damit gehen. Genauer gesagt ist es einfach der Unify USG, von dem ihr hier im Hintergrund die Verpackung seht. Der ist gerade an mir am Laufen, deswegen ist er hier nicht vorne im Bild. Ihr könnt aber auch den USG Pro nehmen, also das gleiche Modell mit ein bisschen mehr Power im 19 Zoll Format. Ihr könnt eine Dream Machine nehmen, also diese etwas rundliche Router und All-in-One-Einheit oder hier klassisch die Dream Machine Pro, die ich jetzt hier auch für dieses Video verwende. Die Konfiguration in der Software und auch das Verbinden der Hardware ist nachher eigentlich bei allen Geräten identisch. Allerdings macht es natürlich in den meisten Fällen Sinn, dass ihr hier noch mehr von Unify habt. Insbesondere solltet ihr dann euer WLAN auch über Unify WiFi Devices dann hier abdecken, denn außer die normale Dream Machine macht keine der erwähnten Geräte hier WLAN, wie ihr das vielleicht von der Fritzbox her gewohnt seid. Hier solltet ihr dann auf die normalen Unify Access Points zurückgreifen. Das wäre zum Beispiel mal eine sehr sinnvolle Idee. Auch Unify Switch macht hier Sinn, gerade wenn ihr WLANs nutzen möchtet und dann zum Beispiel auch Tagged- bzw. Untagged-Ports vergeben möchtet und dann direkt ein Gerät über den entsprechend angeschlossenen Port an einem WLAN zuweisen. Außerdem, wenn ihr einen USG verwendet und keine Dream Machine oder Dream Machine Pro, dann braucht ihr auch noch einen Unify Controller, also irgendwo, wo ihr die Software installieren und betreiben könnt, um die ganzen Geräte dann zu managen. Bei den Dream Machines ist das direkt mit integriert. Falls ihr das noch nicht habt, dann schaut doch mal ein Video dazu an, das ich schon gemacht habe. Da zeige ich euch, wie ihr kostenlos so einen Unify Controller virtualisieren könnt. Ansonsten findet ihr natürlich alle erwähnte Hardware hier aus diesem Video unten in der Beschreibung verlinkt. Machen wir weiter mit den Hardware-Voraussetzungen jetzt auf Seiten des Modems bzw. der Fritzbox. Grundsätzlich ist es hierfür ganz egal, welche Fritzbox-Cable ihr hier verwendet. Ob das eine neuere ist, eine ältere, ob die euch selbst gehört oder ob die eben auch vom Anbieter stammt. Das ist hier mal grundsätzlich egal und ihr könnt das Ganze auch genauso mit einer Connect-Box machen von Vodafone. Da macht diese Lösung, die ich euch gleich präsentieren werde, sogar noch viel mehr Sinn. Es gibt jetzt im Grunde zwei Lösungsansätze, dieses doppelte Nut wegzubekommen. Und zwar ist es zum einen mal, den sogenannten Bridge-Mode in der Fritzbox zu aktivieren. Dabei wird dann eure Fritzbox zu einem ganz in Anführungszeichen doofen Internet-Modem. Das heißt, das schleift einfach nur noch das reine Internet-Signal ungenattet eben aus einem LAN-Port raus und macht sonst nichts damit. Das ist auch das, was wir am Ende des Tages erzielen möchten. Damit das Ganze dann ohne doppeltes Nut hier mit Unify-Gateway klappt. Nun ist es allerdings so, dass nicht jede Fritzbox diesen Bridge-Mode unterstützt und aktivieren lässt. Bei manchen Geräten geht das nur, wenn ihr die vom Anbieter selber bezieht. Bei wieder anderen geht es gar nicht. Und viele weisen dann im Internet oder in Foren darauf zurück, dass man ja das über einen Frameware-Hack quasi aktivieren kann, diesen Bridge-Mode. Von diesem Frameware-Hack würde ich euch allerdings abraten. Zum einen ist es gar nicht mal so einfach durchzuführen. Zum zweiten verliert ihr damit gegebenenfalls die Garantie, die noch auf eurer Fritzbox ist. Und zum dritten, das sehe ich persönlich als größtes Problem an, ist die Gefahr, dass ihr dabei aus eurer Fritzbox ein Soft-Brick macht, relativ hoch. Das heißt, das Ding kann gar nichts mehr. Es kann weder Bridge-Mode noch kein Bridge-Mode, noch normale Fritzbox. Das Ding ist dann wirklich nur noch Dekomaterial, so wie diese Box, die hier steht. Ich habe das auch mal ausprobiert. Und ja, bei mir ist das Ding jetzt wirklich ein Soft-Brick, Brick im Sinne von Stein. Ihr könnt damit Briefe beschweren, aber arg vielmehr nicht mehr. Auch ein Works-Reset hilft hier nicht. Und da dafür einen Gerätepreis von den meisten Fällen über 200 Euro aufs Spiel zu setzen, sehe ich nicht als gute Lösung an. Die Lösung, die ich euch empfehle, ist der Einsatz eines dedizierten Kabelmodems, also einem Gerät, das quasi aus dem einkommenden Koaxialsignal ganz einfach ein ungenattetes Ethernet-Signal macht. Das heißt, da kommt am Ethernet-Port direkt eure statische oder dynamische IP-Adresse raus und macht mehr gar nichts. Das heißt, keine Firewall, kein besonderes Routing, gar nichts. Das Ding ist sehr stupide, aber dadurch perfekt dafür geeignet, da wir ja die ganzen anderen Features, die wir hier benötigen, wie Firewall, Routing und so weiter, ja eh ohnehin hier von unserem Unify-Gateway machen lassen möchten. Die Auswahl von reinen Kabelmodems auf dem Markt ist ziemlich gering, insbesondere wenn ihr dann auch noch ein Modell möchtet, das DOCSIS 3.1 unterstützt, also hier bis zu Gigabit Internetgeschwindigkeiten ermöglicht. Da gibt es, nach meiner Recherche, eigentlich nur eins momentan und zwar ist das dieses Technicolor 4400. Wie ihr seht, ganz kleines Gerät, ganz einfach, wo nur einen Koaxial-Eingang hat und dann zwei Ethernet-Ausgänge hat. Das heißt, ihr könnt hier bis zu zwei unterschiedliche externe IP-Adressen durchrouten, also dadurch zum Beispiel auch zwei komplett getrennte Netzwerke aufbauen. Also wie ihr seht, eine wirklich sehr, sehr simple Lösung, ihr müsst da nicht mal ins Webinterface von dem Teil rein, das funktioniert hier wirklich alles automatisch. Einen Link zu einem Shop, wo ihr das kaufen könnt, den habe ich euch mal in die Beschreibung gepackt. Übrigens ist diese Methode hier nicht neu erfunden, im Endeffekt ist es nur genau das abgeschaut, was es schon lange hier bei DSL-Anschlüssen gibt. Hier setzt man ein sogenanntes Vigor-Modem zwischen DSL-Anschluss und Unified Gateway ein. Der sorgt dann hier auch für die ungenattete Internetverbindung. Video dazu, wie das bei DSL-Anschlüssen geht, habe ich euch mal von dem Kollegen iDomex hier verlinkt. Da nun alle Voraussetzungen und die Theorie klar sind, würde ich mal sagen, gehen wir in die Praxis und schauen wir uns an, wie wir das Netzwerk jetzt aufbauen bzw. umbauen müssen. Der erste Schritt ist natürlich mal das Teil hier, also das Technicolor-Modem mit dem Strom zu verbinden und dann nehmt ihr ganz einfach die Koaxialleitung, also diesen F-Stecker von eurer Fritzbox-Cable weg und schließt den hier an das Gateway an. Dann ist der nächste Schritt auch schon einmal euren Internetanbieter zu kontaktieren und dem mitzuteilen, dass ihr bitte euer neues Modem freischalten soll. Das geht nicht automatisch, das könnt ihr in den meisten Fällen leider auch nicht selber tun. Einfach da kurz anrufen, die werden euch nach der MAC-Adresse des jeweiligen Modems fragen. Die steht hinten auf dem Router drauf, die dann einfach einmal durchgeben und dann dauert das so 15 bis 20 Minuten in der Regel, bis sich dann das Gerät hier einmal automatisch aktiviert. Die Wartezeit könnt ihr jetzt damit überbrücken, einmal euer Netzwerk fertig zu konfigurieren. Und zwar geht ihr jetzt mit einem LAN-Kabel von dem LAN-1-Port an eurem Technicolor-Modem in den WAN-LAN-Port von eurem Unify-Gateway einmal rein. Die sind bei allen Modellen hier ganz klar als WAN gekennzeichnet und dann habt ihr dazwischen schon mal eine Verbindung aufgebaut. Das heißt, euer Unify-Gateway kann Internet bekommen. Was ihr jetzt natürlich noch machen müsst, ist dafür sorgen, dass von dem Unify-Gateway auch eure ganzen LAN-Geräte, euer eigentliches Netzwerk, dann Internet bekommt. Das heißt, ihr schließt entweder einen Switch an euer Gateway an oder jetzt hier im Fall von der Dream Machine habt ihr direkt einige LAN-Ports hier dran. Die könnt ihr dann auch verwenden, um ganz normal eure weiteren Geräte wie Access-Points, wie beispielsweise dann eben auch PCs, dann mit dem Ethernet-Signal wieder und dem Internet damit dann zu verbinden. In einem weiteren Schritt könnt ihr dann später auch eure FRITZ!Box ganz einfach über ein LAN-Kabel an den LAN-Ports 1 bis 4, also nicht an einem WAN-Port oder sowas, wenn das eure FRITZ!Box hat, sonst einem normalen LAN-Port 1 bis 4, dann ebenfalls mit eurem Switch oder eurem Gateway an einem ganz normalen Ausgangs-LAN-Port verbinden, so dass wir das Gerät dann hier später auch als IP-Client wie an einem normalen Computer oder Ähnliches konfigurieren können. Dann legen wir mal los mit der Netzwerkkonfiguration. Natürlich müssen wir auch hier softwareseitig noch einige Dinge einstellen. Was ich hierfür voraussetze, ist, dass ihr im Fall einer Dream Machine diese schon mal grob konfiguriert habt, das heißt, ihr habt euch einfach per LAN mal direkt damit verbunden, seid auf die IP-Adresse der Maschine gegangen und habt euch mal bei Unify registriert und so die ganz einfachen initialen Geschichten schon mal konfiguriert oder in dem Fall von einem USG habt ihr schon einen Unify-Controller am Start und habt das Gerät dann auch entsprechend adaptiert, so dass wir da dann direkt in die Software reingehen können, also in den Unify-Network-Controller und da dann alle weiteren Einstellungen vornehmen. So, seit Aktivierung des Technicolor-Modems sind bei mir jetzt circa 30 Minuten vergangen und ich habe auch schon mal gecheckt, ganz einfach, indem ich versucht habe, Google aufzurufen, dass ich hier eine Internetverbindung habe und auch ein Speedtest hat mir bereits gezeigt, dass ich hier die Daten ankriege oder die Geschwindigkeiten bekomme, für die ich auch bezahle. Also ist alles optimal durchgelaufen und außerdem seht ihr dann auch, wenn ihr euch, wie ich jetzt hier auf eurem Unify-Network-Controller einmal anmeldet, egal jetzt ob auf dem von der Dream Machine selbst oder einem selbst gehosteten, je nachdem, dann solltet ihr euch jetzt eben bei eurer Dream Machine oder eurem USG nun hier unter WAN-IP auch eure externe IP-Adresse angezeigt werden. Das wäre dann quasi der Indikator, dass wirklich alles funktioniert hat. Übrigens, wenn ihr eine dynamische IP-Adresse habt, gar kein Problem, die wird hier auch automatisch dann angepasst, falls sich diese ändern sollte. Natürlich solltet ihr jetzt eure weiteren Unify-Geräte, wie beispielsweise eure Access-Points, eure Switches und so weiter einrichten. Das mache ich jetzt später, aber wäre jetzt auf jeden Fall auch etwas, das man machen kann. Was jetzt den eigentlichen Gateway angeht, da führen wir die Einstellung natürlich hier eher unter den Settings durch. Bei mir, weil ich hier die neueste Software-Version habe, wird das Ganze im neuen Design angezeigt. Das persönlich finde ich aber nicht so ganz praktisch für diese Ersteinrichtung mit der Firewall. Deswegen wechsle ich jetzt hier zurück zu den Classic-Settings. Das könnt ihr einfach hier unter System-Settings machen und dann den Haken hier bei New User Interface entfernen. Das Ganze nochmal auf Deaktivieren klicken. Können wir natürlich auch jederzeit wieder aktivieren. Das sind auch nur ein paar Klicks und dann sind wir da. In dem Altmenü sind die Einstellungen einfach noch vollständiger und ich finde auch noch ein bisschen übersichtlicher dargestellt. Gehen wir als erstes mal in den Bereich Networks hier rein. Hier sehen wir jetzt unseren Warnanschluss. Wir gehen hier über Warn rein, also nicht über Warn 2. Warn 2 wäre der SFP Plus Port. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier den normalen und wie ihr seht, das Ganze steht auf DHCP. Das heißt, für all diejenigen, wie gesagt, die eine dynamische IP haben, das wird automatisch sich geholt. Hier müssen wir eigentlich auch gar nichts beachten. Das passt, das können wir so lassen, wie es ist. Schauen wir uns mal unser LAN an, also unser lokales Netzwerk. Hier ist immer standardmäßig das 192.168.1.1er Netzwerk hier schon vorinstalliert. Das ist auch DHCP aktiviert und auch eine gewisse DHCP-Range ist vorgegeben. Grundsätzlich könnt ihr damit arbeiten, gar kein Problem, müsst nichts umstellen. Passt alles so, wie es ist. Allerdings würde ich jetzt hier im Tab Networks noch etwas machen. Nur so eine Empfehlung bzw. Idee. Nämlich, ihr habt ja bisher wahrscheinlich eine Fritzbox als Router gehabt. Die hat allerwahrscheinlich nach einem anderen IP-Adressraum gehabt. Häufig zum Beispiel 192.168.178.1. Wenn ihr jetzt Geräte bei euch im Netzwerk habt, die eine statische IP-Adresse haben, dann sind die jetzt nicht mehr erreichbar. Ihr könnt natürlich jetzt rangehen und bei jedem Gerät das Ganze auf den neuen IP-Adressraum ändern. Oder ihr sagt, ihr möchtet erstmal wieder alles erreichbar haben und das nach und nach machen. Ja, dann kein Problem. Dann legen wir jetzt einfach mal noch ein neues Netzwerk in dem IP-Adressraum an, den eben bisher eure Fritzbox hatte. Wichtig natürlich, wie auch vorhin schon erwähnt, eure Fritzbox darf jetzt nicht dem Netzwerk sein. Ihr dürft ihn nicht per LAN mit eurem Switch oder mit eurem Gateway verbunden haben, sonst gibt das Probleme. Das sind jetzt, wie gesagt, hier zwei neue oder besser gesagt zwei isolierte Umgebungen. Dazu gehen wir jetzt hier einfach wieder auf Networks drauf, klicken dann hier auf Create New Network. Dann können wir hier dafür einen Namen vergeben. Ich nenne das jetzt in meinem Fall hier Managed LAN. Ganz einfach, weil ich hier DHCP deaktivieren werde und das dann einfach fortan auch für die Geräte und vor allen Dingen Server in meinem Netzwerk nutzen möchte, die ohnehin immer eine statische IP-Adresse hier im Netz bekommen. Ihr könnt eine WLAN-ID vergeben, geht mit zwei los, deswegen vergebe ich ja auch direkt die zwei. Und ganz wichtig, können wir jetzt hier unsere Gateway-IP beziehungsweise unser Subnet angeben. Wichtig, das Ganze sollte jetzt einfach die IP-Adresse sein, die bisher eure Fritzbox hatte. Also in meinem Fall ist jetzt hier die 192.168.0.1. Bei euch, wie gesagt, vielleicht anders. Passt das einfach an. Und dann wichtig, Schrägstrich 24, 24er Subnet. Die DHCP-Range brauche ich jetzt hier bei mir in meinem Fall gar nicht updaten, denn ich deaktiviere DHCP hier ohnehin. Warum? Wie gesagt, zum einen, weil ich das eh nur statisch nutzen möchte, aber der viel wichtiger Punkt ist, wir haben ja bei unserem Standard-Netzwerk, dem LAN, dem 1.1er hinten, dann wäre ja auch schon DHCP aktiviert und sonst würden die Geräte auch irgendwann durcheinander kommen, welches DHCP jetzt eben verwendet werden soll. Deswegen, bei einem Netzwerk DHCP reicht hier aus, ansonsten bräuchtet ihr eventuell dann auch einen Unify-Switch, wo ihr dann auch Tagged- bzw. Untagged-Ports dann entsprechend festlegen könnt. Also für mich jetzt hier so die Einstellung könnt ihr gegebenenfalls gerne dann für eure ehemalige Fritzbox-IP übernehmen. Klicke ich jetzt hier auf Save, mehr müssen wir gar nicht einstellen und dann sind wir damit schon fertig. Natürlich könntet ihr hier in Zukunft auch noch weitere, ja, Managed LANs oder eben auch andere Subnets anlegen für die verschiedensten Zwecke. Wenn ihr möchtet, kann ich dazu gerne mal ein paar Videos machen, wie ich das hier so empfehlen würde, einzurichten. Das nächste, was wir uns aber initial jetzt mal anschauen, ist das Thema Routing und Firewall. Ihr müsst keine Angst haben, grundsätzlich ist die Firewall schon so konfiguriert, dass wir hier eine Default-Drop-Policy haben, also Drop-All, das heißt von außen kommt erstmal niemand in euer Netzwerk, so wie das von jedem Router oder Modem bisher gewohnt war, also da müsst ihr jetzt nichts tun. Allerdings, falls ihr schon Port-Freigaben in der Fritzbox eingerichtet hattet, die ihr hier verwendet habt, um zum Beispiel einen Nextcloud-Server oder Ähnliches auch aus dem Internet zu erreichen, dann müsst ihr die natürlich jetzt hier ebenfalls, ja, wieder erstellen mit den gleichen Ports, den gleichen Protokollen und so weiter, damit die Geräte weiterhin funktionieren. Geht auch sehr einfach, könnt ihr einfach einen Namen vergeben, ihr könnt dann schauen, welches Warninterface ihr verwenden möchtet, natürlich immer nur das normale Warn, ja, ihr habt hier nur ein Modem, einen Weg nach außen, ihr gebt euren Port frei, die IP-Adresse von dem Gerät im lokalen Netzwerk, Forward-Port ist im Normalfall dasselbe und dann könnt ihr noch das Protokoll wählen, wenn ihr both wählt, macht ihr im Normalfall nichts falsch und das Ganze speichern. Das ist wirklich auch noch vielleicht so etwas, das man beachten sollte. Unter Services könntet ihr jetzt theoretisch auch noch euer Dyn-DNS einrichten, das bisher auf der Fritzbox lief, wenn ihr das möchtet. Dann wären wir jetzt hier mit der Grundkonfiguration erstmal fertig, jetzt wechseln wir wieder zur Fritzbox. Also dazu einfach euch per LAN einmal bitte direkt mit der Fritzbox verbinden, die wohlgemerkt noch nicht in dem Unify-Netzwerk verbunden ist. So, mein Mac ist jetzt hier direkt mit der Fritzbox per LAN verbunden und jetzt kann ich hier im Browser ganz einfach meine Fritzbox aufrufen, entweder über fritz.box oder jetzt hier eben über die bisherige interne IP-Adresse der Fritzbox und dann könnt ihr euch erstmal hier wie gewohnt ganz einfach darauf wieder anmelden. Wenn ihr dann hier in der Übersicht seid, dann geht ihr einmal auf Heimnetz, dann hier auf Netzwerk und auf Netzwerkeinstellungen. Achtet bitte auch darauf, dass bei euch die erweiterten Einstellungen hier aktiviert sind. Hier seht ihr dann auch schon die zwei Optionen. Einmal Internet-Router, das war die Fritzbox bisher und jetzt wird sie eben zum IP-Client. Also ist einfach nur ein Netzwerkgerät, wie jedes andere, wie ein PC, wie ein Server bei euch im Netzwerk. holt sich ihr Internet eben auch, holt sich eine interne IP-Adresse per DHCP, aber da sie Internet hat, kann sie dann auch weitere Dienste wie beispielsweise Telefonie und so weiter immer noch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wählen jetzt hier auch einfach einmal IP-Client aus. Wir müssen natürlich jetzt hier einmal die Verbindungseinstellungen anpassen und das können wir jetzt hier eigentlich auf Standard lassen, also hier IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen. Was jetzt noch wichtig ist, ist, dass ihr nun eine Verbindung aufbaut von LAN von eurer Fritzbox hier direkt an euren Switch beziehungsweise an euer Gateway, sodass die jetzt dann auch im Unify-Netzwerk ist, damit ihr überhaupt per DHCP eine IP-Adresse zugewiesen werden kann. Also können wir jetzt hier einmal auf Übernehmen klicken und das Ganze sollte sich dann automatisch einwählen. Im nächsten Schritt könnt ihr euch dann auch einmal per LAN oder auch per WLAN direkt wieder mit eurem Unify-Netzwerk verbinden und hier könnt ihr dann mal auf eure Clients gehen. Da sollte euch die Fritzbox jetzt auch angezeigt werden. Bei mir hier unten wird sie auch angezeigt mit dem Namen Fritz und da seht ihr jetzt die neue interne IP-Adresse, die hier per DHCP dem Gerät zugewiesen wurde. Das geben wir jetzt auch wieder in den Browser ein, denn darüber können wir uns jetzt wieder einloggen auf der Fritzbox und alle weiteren Einstellungen vornehmen. Wie ihr seht, das Ganze funktioniert auch. Jetzt wieder mit dem gewohnten Kennwort hier einfach einmal anmelden. Und wenn ihr jetzt dann hier in der Übersichtsseite das grüne Symbol bei Internet seht, dann heißt das, die Fritzbox hat auch Internetverbindung und kann diese jetzt auch verwenden. Das nächste, was natürlich für viele jetzt wahrscheinlich interessant ist, ist der Punkt Telefonie. Je nachdem, wie ihr bisher eure Fritzbox verwendet habt, also ob hier der Betreiber für euch bereits eure Rufnummern hinterlegt hat oder ob ihr das selber gemacht habt, sind die schon hinzugefügt oder ihr müsst diese noch manuell hinzufügen. Falls ihr die Rufnummer noch nicht habt oder die noch nie selbst eingerichtet habt, dann bekommt ihr mit dem Routerwechsel verbunden auch eine E-Mail mit euren Zugangsdaten für die Telefonie. Dann könnt ihr hier einfach auf neue Rufnummer gehen, könnt euren Kabelanbieter auswählen, wie jetzt zum Beispiel Unity Media oder Vodafone Kabel und könnt dann hier eure Rufnummer eingeben und den SIP-Benutzernamen und das SIP-Passwort, das ihr eben dann von eurem Internetanbieter zur Verfügung gestellt bekommt. Bei mir sind die Rufnummern schon eingerichtet, ich hatte die davor schon selbst hier hinzugefügt, weil das ein eigenes Gerät von mir schon war, das war kein Anbietergerät, das heißt, ich muss jetzt nichts weiter machen und kann schon mit der Fritzbox hier telefonieren. Die macht das über das Internet, holt sich das Internet eben durch das Gateway, gar kein Problem und kann jetzt damit arbeiten. Für alle, die sich jetzt denken, ja gut, schön, mit der Fritzbox ist das relativ einfach, hier weiterhin die Telefonie zu nutzen, aber vielleicht habt ihr jetzt eine Vodafone Connectbox und habt darüber euer Telefon angeschlossen gehabt. Was macht ihr in diesem Fall? Ja, so ein IP-Client-Mode, den gibt es bei einer Vodafone Connectbox leider nicht. Hier müsst ihr euch einfach eine Fritzbox holen, wichtig, muss keine Fritzbox-Cable sein, kann irgendein Modell sein, das ganz einfach die Telefonie-Funktion unterstützt. Das könnt ihr genauso als IP-Client hier ins Netzwerk mit reinholen und dann eure Telefonie eigentlich wie gerade gezeigt dann auch konfigurieren. Also hier braucht ihr leider nochmal zusätzliche Hardware, falls ihr wirklich diese Festnetz-Telefonie hier benötigt und nicht andersweitig über SIP und VoiceOver IP telefonieren könnt. Ich hoffe, die Konfiguration und Umstellung eures Netzwerks auf diese Weise hat nun bei euch auch geklappt und ihr seid jetzt über euren Unify-Gateway online. Falls dem nicht so ist oder ihr allgemein noch Fragen zum Thema Unify habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an service-at-apfelcast.com Ansonsten, meine Frage an euch, wünscht ihr euch mehr Videos zum Thema Unify und wenn ja, welche Themen interessieren euch besonders? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr keine Videos mehr zu den Themen Unify, zu den Themen Open-Source-Software wie Nextcloud, Broxmox und viele weitere verpassen möchtet, dann abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.